Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir testen heute einen Tabak, der ziemlich gehypt ist und zwar geht es heute um den SOMO Splash Joy. Sollte euch das Review gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. Da sind wir wieder mit dem Splash Joy. Wie gesagt, heute geht es um diesen krassen Hype Tabak. Shisha Squad, Kassel, Hookaze und Co. Viele, viele Leute hypen den ja extrem. Ich wollte mal wissen, ob was dahinter steckt, habe mir mal eine Dose geholt und wieder so unsere Erfahrungen sind und wieder jetzt beim Rauchen ist, klären wir in diesem Review. Als erstes blenden wir euch auch mal den Kopfbau ein, wir rauchen das Ganze in der Japona Mami Ball mit einer Smokebox obendrauf, eine Kohle komplett drin und eine auf Kipp und das reicht auch schon an Hitze. Ihr seht Schnitt und Feuchtigkeit wie gewohnt von SOMO, ein relativ feiner mit ein paar vereinzelten Mittel geschnittenen Stücken, aber Feuchtigkeit passt auf jeden Fall, keine überschüssige Molasse in der Dose sieht sehr, sehr gut aus, kann man auf jeden Fall nicht meckern und läuft wunderbar in diesem Setup, also wirklich 1A. Entschuldigt im Hintergrund, falls ihr das leise hört, die Zuggeräusche, es sind ungefähr 13 Millionen Grad im vierten Stock von Mordor aka meine Wohnung, deswegen müssen wir die Fenster auf jeden Fall auflassen, aber sollte ja nicht zu sehr stimmen. Wir kommen wie immer zum Geruch, ihr guckt euch bei mir noch ein bisschen den Rauch an. Ich finde den Geruch auf jeden Fall relativ außergewöhnlich, also es ist nicht irgendwie das, was ich mir unter Himbeere, ja, denken würde. Also, genau, wir haben noch gar nicht erwähnt, was drin sein soll. Es ist nämlich ein Himbeere, Erdbeere und Eistabak, deswegen, na, schauen wir mal. Also ich muss sagen, ich rieche weder eine Himbeere raus, noch eine Erdbeere. Die Eisnote ist auf jeden Fall am Start, aber für mich ist es irgendwie sowas ausgefallenes, also nicht irgendwie, was ich klar als Himbeere und Erdbeere deklarieren könnte. Das ist eher so, versteht's nicht falsch, wenn ich das jetzt sage, aber ein süßer Saunaaufguss. Also es ist irgendwie noch so, 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 so Kräuternäßig bei, für mich persönlich einfach beim Geruch her. Okay. Gut, also ich habe schon ein paar Mal dran gerochen, aber ich kriege trotzdem noch dran, gerade jetzt, weil ich über diese Kräuteraussage nachdenken muss. Aber wo du das gesagt hast, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du meintest, aber... Das ist eben dieses Besondere, also es ist irgendwie nicht so wirklich eins zu eins Himbeere, Erdbeere, es ist irgendwie noch sowas bei und das ist für mich persönlich eher in so einer Kräutervariante. Also wenn ich jetzt über eine wirkliche fruchtige Erdbeere und Himbeere nachdenke, komme ich da auch nicht auf diesen Geruch. Aber es hat schon irgendwas von diesen zwei Beeren, also es ist nicht komplett off, aber ich verstehe auch, was man meint mit Kräutermischung. Was man auf jeden Fall rausriecht, ist die Eisnote, denn die ist definitiv am Start und zwar ordentlich schon beim Geruch. Rauch müssen wir, glaube ich, nicht zu sagen, das seht ihr schon nebenbei. Dicke, dichte, weiße Wolken, genauso wie das sein soll, lässt sich auch 1a rauchen. Wie gesagt, wir rauchen das gerade im Overpack, habt ihr ja im Kopfbau, gesehen. Ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack und da ist es für mich relativ ähnlich. Ich schmecke keine Himbeere an sich oder keine Erdbeere an sich raus, aber es schmeckt dennoch ziemlich gut. Was für mich irgendwie noch die ganze Zeit so im Hintergrund mit beiß ist, so eine Traubenote. Also steht zwar nicht da, steht nicht im Internet, dass das drin sein soll, stand auch nirgendwo in irgendeiner offiziellen Beschreibung von dem Tabak, aber für mich auf jeden Fall irgendwo so eine Traubenote im Hintergrund. Er ist weiterhin extrem frisch und lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen, aber so eine wirklich fruchtige Himbeere oder eine fruchtige Erdbeere, rieche ich da oder schmecke ich da nicht raus. Ja, bei mir ist es beim Geschmack eigentlich ähnlich. Also ja, Himbeere und Erdbeerenote sind irgendwo da, aber nicht so, wie man sie halt normalerweise kennt. Also so in deiner Himbeere, Erdbeer, Tabaksorte würde ich mir eher vorstellen, dass ich Himbeere und Erdbeere wirklich klar rausschmecken kann. Hier ist es einfach irgendwas bei, so wenn du jetzt sagst, ja okay, für mich schmeckt der noch so ein bisschen nach Traube, kann ich sogar ziemlich gut nachvollziehen, weil es tatsächlich, wenn man es dann so darüber nachdenkt und wirklich mal dran zieht und irgendwie so versucht herauszufiltern, was wirklich drin ist, kommt es tatsächlich ein bisschen in die Richtung von der Traube. Für mich weiterhin ist es immer noch so ein bisschen kräutermäßig, aber nicht negativ gemeint, sondern eher als besonderes Merkmal würde ich es beschreiben. Von daher eigentlich ein ziemlich geiler Tabak, der mir auch ziemlich gut schmeckt, nur eben nicht das widerspiegelt, was ich eigentlich erwartet hätte, aber trotzdem ziemlich gut. Ja, sehe ich auch so. Was ich auf jeden Fall noch zu dem Tabak dazu sagen muss, das war bei mir so ein bisschen ähnlich wie bei dem Eiskaktus von Holzer. Ich habe ihn das erste Mal geraucht und dachte mir so, hm, also ob der jetzt ein Halbwert ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ein guter Tabak, aber hm, ob man ihn so hart pushen muss, weiß ich nicht. Ich muss aber auch noch sagen, desto mehr ich ihn rauche, desto mehr liebe ich ihn, weil er einfach krass besonders vom Geschmack ist. Er lässt sich wunderbar rauchen, er ist super angenehm für den Sommer. Also gerade jetzt mit den drei Milliarden Grad hier in meiner Wohnung ist es wirklich sehr angenehm, dann noch diese ordentliche Eisnote mit am Start zu haben. Und er gefällt mir einfach extrem gut. Ich habe ihn auch schon viel gemischt, zum Beispiel mit Black Nana oder mit Eiskaktus. Was ich da als erstes dazu sagen muss, ist, nehmt nicht zu viel von dem Splash Joy. Er übertüncht alles. Es ist richtig krass. Also ich habe, ich habe 70 Prozent Splash Joy und 30 Prozent Black Nana genommen. Ich habe nichts vom Black Nana geschmeckt, aber auch gar nichts. 50-50 mit Eiskaktus war der immer noch viel intensiver, also richtig krank. Wirklich ein brutal intensiver Tabak. Nehmt er auf jeden Fall nur ein bisschen, wenn ihr ihn mischt. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tabak. Mir schmeckt er sehr gut. Desto mehr ich ihn rauche, desto mehr will ich ihn rauchen. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, weil klar, es gibt viele Tabaksorten, die probiert man erst mal ein geiles Ding und nach der Dose, man weiß nicht, ob ich da jetzt noch direkt eine Dose brauche. Bei dem ist das anders. Bei dem ist das eher so am Anfang denkst du dir, weiß ich nicht und desto mehr du ihn rauchst, desto mehr kriegst du Bock drauf. Also für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tabak, der auch neun Sterne verdient hat. Was aber eine relativ subjektive Meinung ist, weil wenn ich objektiv einen Erdbeer- und Himbeer-Tabak suche, ist der nicht so geil. Da gibt es definitiv andere Sachen, die das deutlich besser treffen, wie zum Beispiel der Pulp Fiction, den wir letztens getestet haben. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr leckerer Tabak, deswegen neun Sterne von mir. Ja, von mir. Ich schließe mich einfach mit den neun Sternen an. Reden wir gar nicht drum herum, weil es ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Tabak. Man darf auf jeden Fall nicht wirklich Himbeere und Erdbeere erwarten. Ihr habt einfach einen anderen Geschmack, der einfach so besonders ist, dass es trotzdem eigentlich wert ist, den zu rauchen, den zu probieren, vor allem den auch öfter zu probieren. Weil, wie es bei uns auch schon der Fall war, dass wenn man den öfter raucht, irgendwann erwischt man sich selber dabei, wie man ihn immer öfter raucht. Und ja, ich denke mal, einigen von euch wird es auf jeden Fall genauso gehen. Genau. Das soll es dann auf jeden Fall zu dem Review zum gehyptesten Tabak im Moment, würde ich behaupten, sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben oder Abo oder das nur. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.